Wozu gibt es Gegenargumente von Leuten, wenn die Entrückung, der Zeitpunkt der Entrückung doch so eindeutig ist? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Nur das Problem ist, dass es einfach all diese Angsthasen gibt. Dass es all diese Weichlinge gibt, die einfach Angst haben vor der Trübsal. Oh, die Trübsal! Ich will da nicht reingehen! Die Trübsal! Dabei haben sie noch nie Verfolgung erlebt in ihrem Leben. Sie wissen gar nicht, was das ist. Sie haben jetzt schon Angst und haben einfach diese süße kleine Leere der Vorentrückung, dass wir vor der Trübsal entrückt werden, weil sie Angst haben. Das ist, glaube ich, ihre Begründung. Nur das kann ihre wirkliche Motivation sein, meine ich. Denn was sind die eindeutigen Verse? Die eindeutigen Verse sagen nach der Trübsal. Aber weißt du, wir sollten nicht diese Einstellung haben, dass wir Angst haben vor der Trübsal, dass wir Angst haben vor der Endzeit. Hey, wenn wir ein kleines bisschen leichte Verfolgung erleben in unserem Leben schon hier, dann sollten wir uns denken, Moment mal, das ist Level 1? Wo ist Level 2? Wann geht's weiter?